Man United wirft Mourinho raus Die Zeit von Trainer Jose Mourinho bei Manchester United ist vorbei. Die Räte des Sätzen ab sofort auf eine Interimslösung. Manchester United und Trainer Jose Mourinho gehen getrennt weg. Dies teilte der englische Rekordmeister am Dienstag mit. United belegt nach dem 17. Spieltag der Premier League mit 19 Punkten Rückstand auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool nur den sechsten Platz. Ein Interim-Coach, der das Team bis zum Saisonende betreuen soll, werde in Kürze ernannt, teilte United mit. Nach Informationen von Sky Oak soll Michael Carrick, bereits Co-Trainer unter Mourinho, gemeinsam mit Kieran McKenna vorerst das Training leiten. Innerhalb von 48 Stunden soll dann eine Lösung bis zum Saisonende verkündet werden.Mourinho seit 2016 bei United Der 55-jährige Portugiese Mourinho hatte seinen Posten bei den Red Devils im Sommer 2016 angetreten. Der Kontrakt lief noch bis zum Ende der laufenden Saison und enthielt eine Option auf weitere Zusammenarbeit. Anzeige Mit dem FC Porto liegen insgesamt zehn Meistertitel. Mit dem FC Porto, 2004, und Inter Mailand, 2010, triumphierte Mourinho in der Champions League. Mit United gewann er 2016-17 die Europa League, Porto führte er 2013 Titel im Vorgängerwettbewerb UEFA Cup. Mit Real Madrid und dem FC Chelsea blieben ihm trotz großer Erfolge auf nationaler Ebene internationale Triumphe versagt. Universität in Berlin Um вамips die über Wystem Haw eclipse nicht bei den Registriamenten U-Fremäß politisch Wir gewigation Im